Ja, und weiter geht's. Wir kämpfen uns weiter durch die Bewohner der Skull Devil Mansion und zum Gym Master zu kommen. Und jetzt ist Sakuya in die Reihe! Oder? Zuerst. Bestimmt setzt sie jetzt Sakuya ein. Selber. Wollen wir erstmal Shadow nach vorne bringen. By the name of my mistress, I won't let you further in. Mit roten Augen. Nee, Sakuya. Last word. Ran! Wieso ran? Super, danke. Mach. Zum Glück. Mäh. Na, come on, come on. Wer rechnet denn jetzt auch mit ran? Noch eine Mrasa. Mrasa! Mrasa! Marissa. Please help. Please help. Mach sie one hit. Bitte. Oder nicht? Die hätte mich mit Surf umbringen können. Warum macht sie es nicht? Idiot. Bagger. Letty. Letty, Letty, Letty. Ja, das ist per Letty, Letty. Hm. Dann setzen wir mal an. Hey. Huh. Äh, hallo? Geht's noch? Drei Kinder? Mittelfinger? Boah, alter. Schwule Aktion. Aua. Das geht gar nicht. Nico-Chan. Chen ist doch ne Nico. Unlogisch. Unlogisch. Iiiiih! Was bist du denn? Was bist du denn? Warte. Warte. Was bist du denn? Alter. Was bist du denn? Langsam reicht's. Mann. Alter. Was war das denn? Advent Yukari. Okay, müssen wir uns jetzt nächstes Mal wieder einkriegen. Es ist gar nicht beautiful und macht trotzdem so viel Schaden. Hä? Hä? Okay, es ist genauso wie diese Leta King. So ne Aktion. Bla. Extremes Heilen, war das so klar. Stylisch. Stylisch. Äh? Schwul? Komm, noch mal stylisch. Jomo, please. Please. Bitte mal noch mal stylisch. Och, Mann. Kari ist doof. Die ist faul und doof. Langsam ist das nicht mehr witzig. Come on, ein Stylisch. Scheiße. Boah, danke. Dumme Kuh. Jetzt ist ja alles weg. Oh, jetzt ist es erst stylisch. Oh, thanks, bitch. 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 Come on, noch mal stylisch, stylisch, stylisch. Ich finde, das richtig zum Kotzen. Jukari. Bist scheiße. So. Bist tot. Kann jetzt nichts dagegen machen. Sorry, mistress. Not even I could stop you. I'm sorry, mistress. Ja, sorry, sorry. Ich darf jetzt noch mal heilen. Buh, bis gleich. Jetzt geht's aber weiter. So, und jetzt bleib nur noch du. Emilia. Und dann kann ich zum ja, Gym Master. Ja, klar. Emilia, du bist nicht der Gym Master, und das weißt du. So. Och, nee. Komma, mal stylisch. Stylisch, stylisch. auch gut. So, was ist denn mal von mir mit dir? Ich würde sagen, nein. Ach, wir lassen dich mal da drin. Mann. Bitte was? Wieso musst du immer fehlen? Mann. Verdammt. Ele, bitch. Und ein Patchen, die ist das noch mal. Und eine Mayring. Da kommt Tokiko. An die Reihe. Arrowblast. Äh, schwul? Nicht nütz? Ja. Ja. Das ist jetzt scheiße. Stylisch! Danke, Star. So. Sack, ja. Jetzt kommt aber Shadow ran. Also darf Shadow auch mal. Fujiyama Volcano. Na bitte. Gut gemacht. Und Remiria. Remiria Scarletto. Hey, die guckt mich so böse an. Ganz nach Castlevania. Und ich hab's geschafft. Mann, geht das schnell. Ugh, looks bad. I'm not the official master. My sister is but careful. she has been insane lately. Ah, die sind putzig. Ah, die sind putzig aus. Ah, die sind putzig aus. Ah, mit roten Wänkchen. Ah, cool. It's a photo of Remiria and Flandre. They seem really happy. And Sackayas there too. Ah. Okay, jetzt wo der Weg frei ist, brauche ich da keine Escape Robe mehr. Wunderbar. Gut. Dann, denke ich mal, die Zeit, die Zeit kriegen wir schon backen. Können wir Dingsbums, Flandre, mal kämpfen. so. Erstmal zurück an die Position. Ist die so putzig. Ist die so flashig. Ne, Quatsch. Sagen wir mal, hier, Shadow nach vorne. Bestimmt kommt jetzt auch wieder Humia. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Mal gucken. So, Flandre. So, du kamst mit mir zu spielen. Don't be afraid. I won't hurt you. That is right. I won't. So, dein Name ist Maria. Let's play a little game. The name? Spell Battle. Wee. Flan, flan. Oh, ist die knumpig. Elis. Yum, yum, yum. Elis. Aeroblast ging zum Glück daneben. Boah. Rechnet er jetzt auch schon wieder mit sowas. Man is there. Help. Oh. Scheiße. Fuck you. Fuck you. Oh, Mano. Ganz ehrlich, wer rechnet denn dann auch jetzt mit sowas? Mann. Langsam reicht's. Oh, scheiße. Scheiße. Boah, stylisch. Wunderbar. Flan, flan. Final Flan. Der hat ein Schwert. Oh mein, oh mein Gott. Geht's dir gut? Final Remilia. Oh, scheiße. Marissa ist nicht mehr da. Fuck you. Ah. Ich seh's jetzt schon voraus. Ich hab verkackt. Ah. Ich glaube, ich beendere den Part hier jetzt schon. Kurze Pause, dann geht's weiter. See ya, guys. See ya, guys. Ich nehmus. Ich bin.